hallo und willkommen zu einem weiteren angespielt hier auf meinem kanal ich spiele heute mal monolith mit euch an dies ist ein click in point adventure was am 11 oktober 2023 auf steam erschienen ist das ist jetzt nur die demo version das gibt es aber auch als volltitel für einen kleinen preis in dem spiel werden wir die forscherin tessa kater und ein begleiter begleiten die ein überlebenskampf haben mit sich selbst oder ähnliches und man wird selbst sehr viel über oder sie wird sehr viel über sich selbst dabei herausfinden das spiel wurde entwickelt von animation arts und ich denke wir schauen da mal direkt rein man kann es sich auch in deutsch einstellen ist also auch in deutsch verfügbar und zumindest die demo version und gehe ich mal von aus das hauptspiel auch verfügbar ist wir gehen einfach also deutsch ich gebe wir gehen einfach mal rein und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Doch, ich bin Tessa Gut, wissen Sie, was passiert ist? Mein Schädel dröhnt so Ich... hatte ich einen Unfall? Ja, erinnern Sie sich daran? Nicht genau Ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin In der Schlafkapsel Dann erzählen Sie mir alles, woran Sie sich erinnern Von Anfang an Ich habe gefroren Das war das Erste, was ich bemerkt habe Da war mir schon klar, dass etwas nicht stimmte Es reagiert nicht! Oh, was? Mark? Mark! Wo bist du? Hier stimmt was nicht Sind wir abgestürzt? Oh, jeder Knochen tut weh Seine Schlafkapsel ist leer Wahrscheinlich ist er nach dem Absturz vom System geweckt worden Und ins Cockpit gestürzt Er hätte mich ruhig auch wecken können Ich sollte nach ihm sehen und... Au! Verflucht! Ich hänge fest! Nur mein Arm ist frei! So, und da sind wir im Spiel Ja, also ihr seht schon Das ist jetzt nichts Besonderes hier Das ist wahrscheinlich nur ein kleines Entwicklerstudio Und die Synchro... Naja Das wünschen wir euch Aber ist okay für mich Die Grafik ist halt jetzt auch nicht der Oberbringer Aber ich denke, da ist eh nur ein Click-and-Point-Adventure Es wird das eh nicht so ins Gewicht fallen Bewege dir den Cursor über den Objekten in der Szene Verändert sein Aussehen Kannst du mit den Objekten interagieren Indem du links klickst Nutz die Lupe unten links Oder die Letters Um alle interaktiven Objekte in der Szene anzuzeigen Okay Bleibt das so? Aha Ich kann hier oben Hier und hier Ich nehme erstmal die Glasscherbe Wenn das geht Aha Scharfkantig und spitz Ich muss vorsichtig mit dir umgehen Öffne das Inventar mit dem Button rechts Unten oder mit rechter Maus Dann klicke mit Rechtskläu über ein Objekt Um es zu untersuchen Oder mit links Um es aufzunehmen Bewege dann den Cursor über ein Objekt in der Szene Und klicke erneut Um die Gegenstatt dort anzuwenden Oh Inventar ist hier Oder? Ah ja Scherbe Und dann mit Kurt Die Scherbe ist scharf und zu rutschig Um sie zu greifen Ohne sich zu verletzen Da ist der Bezug aufgerissen Das Schaumstoffpolster liegt frei Ich habe ein großes Stück herausgezogen Okay Dann heißt es wohl kombinieren jetzt Ja Du kannst Inventargegenstände auch innerhalb des Inventars kombinieren Nimm dazu einen der Gegenstände auf Und klicke links Wenn du über einen anderen Gegenstand hältst Die Reihenfolge ist unwichtig Ja, das klappt Damit kann ich sie gut festhalten Ohne mich zu schneiden So Na komm schon Ich muss hier raus Endlich Erstmal rein in den Raumanzug Brr, ist das alles eisig Ah, deswegen friere ich so Die Stickstoffleitung ist gerissen und vereist alles Ich bin entschieden zu falsch angezogen Kalt ist mir schon genug Das verschieben wir auf später Mark? Tessa am Cockpit Mark, hörst du mich? Tessa am Cockpit Keine Antwort Entweder ein technisches Problem Oder Mark ist Ich muss schnellstens ans Cockpit Ja, ihr habt schon bemerkt Es sind auf jeden Fall Untertitel aktiviert Die kann man auch deaktivieren Wenn man das möchte Bewegung Klick auf den Boden Um Tessa zu bewegen Ein Doppelklick auf den Boden Oder ein Objekt lässt Tessa rennen Klickst du doppelt auf einen Ausgang Wie die Tür Wird die Sanktion sofort ausgeführt Also alles so Klassisches Und da seht ihr schon Was wir alles machen können hier Tessa am Cockpit Mark meldet sich nicht Das ist Marks Kälteschlafkapsel Scheint intakt und unversehrt zu sein Aber keine Spur von ihm selbst Was haben wir hier noch? Das ist die Leitung zu einem Tank In dem Kälteflüssigkeit gefiltert wird Das Rohr muss beim Aufprall gerissen sein Das Sieb könnte nützlich sein Auch wenn es stimuliert ist Darin befindet sich ein Desinfektionsmittel Das wir vor dem Kälteschlaf auftragen müssen Leicht entzündlich Ich kann froh sein Nicht als menschliche Fackel aufgewacht zu sein Ja und ich hatte ja letztens noch das Spiel Invincible gespielt Komplett durchgespielt Ein Story Let's Play Hier auf meinem Kanal Würde ich mich auch freuen Wenn ihr da mal reinschauen würdet Das wurde bis jetzt noch nicht so sehr oft angesehen Eine Metallstange, die sich gelöst hat Ich komme nicht ran So, Metallstange, wo es nicht rankommt Darin ist mein Raumanzug Aber solange der eiskalte Stickstoff rauskommt Kann ich ihn nicht öffnen Ohne dass mir die Hand abfriert Ja, was haben wir denn Unter 0,7 Kann man mit dem Sieb irgendwas machen? Das funktioniert nicht Dann werden wir erstmal rausgehen Verflucht Das sieht schlimmer aus, als ich erst dachte Abgestürzt? Warum? Der Steuerungscomputer hätte das doch in jedem Fall verhindern können Wenigstens qualmt es hier vorne nicht so stark Marc und ich bekommen das wieder hin Sicher Wir müssen es hinbekommen Marc? Hm, Trümmer blockieren das Cockpit Vielleicht ist er verletzt und darin eingesperrt Würde erklären, warum er sich nicht meldet Okay, Tessa, was tun? Außen entlang vielleicht? So, hier haben wir wahrscheinlich auch mehrere Sachen Oh ja Zum Cockpit Wackteile Hm, viel Metallschrott Da müsste doch etwas dabei sein, das ich gebrauchen kann Ein dünnes, spitzes Metallstück Ein paar Bolzen Ich nehme alles mit So, Metallbolzen Und Metallstück Für Isolierung Die Hülle ist gerissen Ich kann Isolierungsfolie sehen Aber so einfach rausholen kann ich sie nicht Dann können wir da schon was stellen Was dafür? Vielleicht die Metallbolzen Dann gucken wir mal weiter Der Kartenleser für die Frachtraumtür Ich brauche eine Identifikationskarte dafür War schon traurig, dass du die nicht mit hast, wa? Eine Kiste Standardfarbe Standardgröße Standardfüllung Leer Die Kabel sind gerissen Und nicht mehr isoliert Da muss ich aufpassen Kabel haben wir hier Diese Rohrleitung befördert den Stickstoff, der auf der anderen Seite den Spind vereist Er wird hier über ein Ventil geregelt Kann man das ausmachen Sehr schön Wollen wir mal, ob wir jetzt an den Spind kommen Verdammt Er war zu lange der Kälte ausgesetzt Das Eis verhindert, dass ich ihn öffnen kann Einfach so wird er nicht auftauen War ja klar Kann ich irgendwie nicht viel machen, ne? Würdest du die Metallbolzen noch mal probieren? Okay, das war ja klar Also müssen wir nochmal los hier Brauchen wohl noch ein bisschen extra Zeug Aber hier, eine Klappe Verschlossen Vorne sieht man eine Öffnung für einen fast runden Schlüsselaufsatz Oh, da könnte vielleicht die Metallbolzen passen Ich probiere alles mögliche aus Keine Chance Ich brauche den Schlüssel Okay Tür Störte Konsole Die Konsole ist kaputt Ich glaube, ich weiß, wie ich sie reparieren kann Aber nur im Anzug Sonst röste ich mich Okay, dann werde ich wohl wahrscheinlich durch die Tür auch nicht kommen Oder? Es guckt kein neugieriger Nachbar rein Aber ich sollte zuerst einen Raumanzug anziehen Solange ich nicht sicher sein kann, dass die Luft draußen atembar ist Er ist im Spind neben den Schlafkapseln Ja, 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 schon klar Und hier noch Tür Ja, und da brauche ich den Kartenleser Das ist die Tür zum Frachtraum Zum Cockpit Ja, also wir haben jetzt hier nicht sehr viele Möglichkeiten Da müssen wir erstmal gucken Das meiste sind diese Click-and-Point-Adventure hier immer sehr simpel gestrickt Da müssen wir mal gucken Können wir vielleicht irgendwas kombinieren hier oder so? Hm, nein Das Sieb hat bereits Löcher Achso, die Reihenfolge war ja egal Wenn es kombinierbar ist, ne? Ne, also kombinieren kann man auch nix Ah, ich hätte vielleicht ne Idee Warte mal Könnte man vielleicht Ich glaube, das bringt aber nix Ist das Metallstück vielleicht in den Kartenleser? Ich habe auch nie verstanden, warum Leute Automatenschlitze mit Papier blockieren Den Kartenleser werde ich nicht überlisten können Hier brauche ich eine ID-Karte Okay, das funktioniert nicht Hierfür will sie den Anzug haben Hier kommen wir nicht raus Weil hier ist alles versperrt Durch die Tür kommen wir auch nicht Weil ohne Raumanzug Die Klappe, was war da nochmal mit? Können wir damit irgendwie was machen? Keine Chance Ich brauche den Schlüssel Okay, Sie brauchen unbedingt den Schlüssel Ja, also so Eine Kiste Standardfarbe Standardgröße Ja, okay Mit links kann man es überspringen Ja, da bin ich schon ein bisschen sprachlos gerade, mein Lieben Äh, was mache ich denn da am besten? Was könnte man denn hier noch machen mit dem ganzen Zeug? Probier einfach ein paar Sachen aus Ne Das ist ja auch Quatsch Metallstück Ne Also das ist auch nichts Was gibt es denn noch? Karnlese Schrott Achso, diese Folie vielleicht Oder Isolierung Manche Dinge muss man erst richtig kaputt machen, bevor man sie reparieren kann Ah, geht doch, seht ihr da Fertig Ich habe im Laufe der letzten Jahre ziemlich oft Schüsseln improvisieren müssen Und das ist meine Zweitbeste, würde ich sagen So, aha, seht ihr da Ähm, was macht man denn damit dann? Irgendwas funktioniert immer, ne? Ich habe keine Verwendung für eine Schüssel voller Funken Nicht? Ach Dann gehen wir nochmal zurück Vielleicht komme ich jetzt irgendwie an den Schrank oder so Weiß ja nicht, nimm mal die mit der Schüssel Das ist Quatsch, ne? Das ist Quatsch Ähm Es entweicht kein Stickstoff mehr Das kann von mir aus auch so bleiben Hier, das ist jetzt anklickbar auf jeden Fall auch Ne, das bringt nichts Ach, Scherbe wollte ich Das würde das Loch eher vergrößern Nein Was können wir denn noch? Warte mal, die Metallbauen vielleicht Nein, zu kurz Ah, zu kurz Hm Was haben wir hier? Behälter Wenn ich den Hebel ziehe, fließt das Zeug auf den Boden Darin befindet sich ein Desinfektionsmittel Irgendwas fließt dann auf den Boden, ja Er hat einen Öffnungsmechanismus Ich muss ihn nicht kaputt machen Ja, aber wo ist der? Da haben wir das Rohr Da haben wir die Kryokapsel Die Tür Das Rohr haben wir oben Und die Rohrleitung Hm, na sonst ist hier nicht viel an Auswahl, ne? Das ist Marks Kälteschlag Ja, ja Ich muss mal schauen Ich hab grad auch nicht so die Idee, Evi Kann man nix machen gerade Wir brauchen Irgendwas müssen wir machen Fällt auch grad nix ein, Evi Der Kapsel kann man nix machen Verdammt Er war zu lange der Kälte ausgesetzt Einfach so wird er nicht Okay, wie gesagt Irgendwas mit auftauen Aber wir haben auch nix zum erhitzen Eigentlich hier, ne? Wir haben den Kartenleser Wir haben die Tür Die Hab ich schon rausgelegt Ist hier noch irgendwie was? In den Wackteilen Der Rest ist unbrauchbarer Schrott Hm Ja, da sind die zerstörte Konsole Ich will auch nicht dran kommen Höchstens diese Klappe hier Interessiert mich noch, ne? Was ist Hat das mit den Funken auf sich? Ah ne, das hatte ich schon probiert Naja Ne, ist auch Quatsch Kabel zerschneiden Ist jetzt auch nicht gerade produktiv Ja Das stimmt natürlich Ja, das ist Der Vorführeffekt hier Zeige ich natürlich nicht Wie ich das Wie ich das hier weiter Wie es hier weiter geht Verschlossen Vorne sieht man eine Öffnung für Ja, einen Schlüssel brauchst du da Ich weiß Also die Funken Könne ich mir gut vorstellen Dass man die hinten gebrauchen könnte Aber wie soll ich das Wie soll ich das machen? Ich bin mir ziemlich sicher Dass ich weiß Wie das ausgeht Und hier werde ich weit und breit Kein Friseur finden Um meine Haare wieder zu glätten Ja, ich hatte irgendwie gedacht Also schnallen geht nicht Ja, was soll man da machen? Und das soll Wenn man Mit dem Funken Vielleicht könnte man das Vielleicht auftauen Aber dachte ich jetzt so Aber Ich bin mir ziemlich sicher Dass ich weiß Und hier werde ich weit Ja, ähm Was macht man denn mit einer Schüssel Mit, äh, Folie drin Mit so, äh, Isolierfolie Oder was auch immer Was macht man eigentlich mit den Kisten hier? Kann man die irgendwie Ach, wenn man reißlich macht Kann man hier auch Okay Ja, aber Kannst hier auch nichts machen, ne? Was ist das denn hier? Achso Kann man speichern, fortsetzen Und so weiter Hm Ich bin keine Ärztin Aber ich weiß, dass es nicht gesund ist Ohne Raumanzug Auf einen Plan Er ist im Spind Neben den Ja, ja, er ist im Spind Den ich wieder nicht aufkriege Und die Konsole will sie auch nicht Ohne den Raumanzug Oder wie war das? Die Konsole ist kaputt Ich glaube, ich weiß, wie ich sie reparieren kann Ja, ja, nur im Anzug Also dafür brauche ich einen Anzug Dafür brauche ich einen Anzug Da braucht man ein Kartenlesegerät Da braucht man einen Schraubenschlüssel für Egal was ich mache Die Kisten haben irgendwie gar keinen Sinn momentan Die Tür kriege ich auf Und das Cockpit ist versperrt Drüben ist Ja, auch nichts Großartiges los Da haben wir das Rohr, wo wir nicht drankommen Den Kasten, den wir nicht aufkriegen Warum auch immer Und der Spind, der vereist ist Und einfach eine Krühekapsel und eine Sprechanlage Also irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt gerade Ihr merkt das schon, ne? Ja, ich bin nicht so bewandert Mehr in Click & Point Adventuren Ja, aber wie geht er auf Dein Öffnungsmechanismus? Das ist natürlich Preisfrage Und wenn man die Schüssel Mit der Spind Vielleicht erst mal dieses Dieses gefrorene Zeug irgendwie Ne Kriegt man, warte mal Ne, da haue ich mehr Löcher Das würde das Loch Genau, da mache ich noch mehr Löcher Auch mit dem Metallstück Das würde das Loch Nein Probieren halt alles mögliche aus Ah Die Eisschicht ist zu dick und zu fest Um sie wegkratzen zu können Es war ein Versuch wert, ne? Zu dick Die Eisschicht ist zu dick und zu fest Okay, man kann sie nicht wegkratzen Das macht sie auch nicht Ja, eine Schüssel wird auch nicht funktionieren Das mit dem Metallstück und die Metallstange Zu kurz Alles zu kurz Die kann man auch nicht verbinden Geht auch nicht Werf mal die Schüssel hoch da Ne, auch nicht Oh man, jetzt habe ich schon wieder was Neues rausgefunden Und immer noch nicht gut, ne? Ja, aber sonst gibt es hier nichts Eine Tür Die können sich Sprechkonsole Aber was soll ich mit der Sprechkonssole machen? Naja, das Ist auch Quatsch, ne? Naja, naja Das wird auch nicht funktionieren Das auch nicht Vielleicht fehlt mir irgendwie was Kann man die Kapsel vielleicht irgendwie aufmachen? Ja, sein können, dass da vielleicht irgendwas drin ist Aber ich glaube nicht Ja, also Gehen die Optionen langsam aus Ach nee Das ging ja nicht Ähm Nur die Schüssel, ne? Oh, leid Okay, weiß ich auch gerade nicht Vielleicht brauchen Vielleicht Oder wartet mal Ich habe eine andere Idee Ach nee, das geht nicht mehr, ne? Kann man nur einmal betätigen, ja? Dann hätte ich gesagt Ich mache das wieder auf Und fange Versuche Dieses Zeug hiermit aufzufangen Oder so Aber das ist ja Ne, da will er den Schlüssel für haben Ja, ist ja auch wieder Kiste Stromkabel Ja, also ich weiß das nicht Also ich bin jetzt schon am Ende meines Meines Fachwissens hier Meine Lieben Aber ich wollte auch nur mal reinschauen Ins Spiel Ähm Ja, wenn ihr es vielleicht besser könnt Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück Ich wollte wie gesagt nur mal kurz reinschauen In das Spiel Ist auf jeden Fall nicht schlecht Ähm Müsste man sich mal ein bisschen mehr Mit Click and Point Adventure auseinandersetzen Und ähm Ja, ich denke für alles wird es eine Lösung geben Ich weiß die Demo auch defekt Ich weiß es nicht Äh, ja Ja, ich danke euch Dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart Lasst mir mal einen Daumen nach oben da Abo, Abo, Glocke Eventuell leckerer Mitgliedschaft gibt es hier für unteren Euro im Monat Da würde ich mich sehr drüber freuen Da könnt ihr mich sehr mit unterstützen Alle anderen weiteren Supportings auch unter dem Video Ähm, ja Kommt doch mal in Discord vorbei Wenn ihr Bock habt Um euch mit Gleichgesinnten auszutauschen Wir sehen uns in einem weiteren Wir sehen uns in einem weiteren angespielt Beziehungsweise in einem weiteren Let's Play Wie gesagt, guckt mal so Invincible euch an Äh, ist ein sehr sehr geiles Story Äh, Sci-Fi Game Und ähm Ja In dem Sinn Bis zum nächsten Mal Tschüss Sbucs 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 Sbucs